Hi und willkommen zu einem neuen Last Place Abenteuer und heute sind wir wieder in Frankreich. Ich habe mich ganz geschickt da in den Schatten positioniert, dann ist es sehr sehr heiß und ich will nicht nachher kaputt gehen, wenn ich wieder komme. Ich habe, ja was habe ich gefunden? Ein Zementwerk oder irgendwie sowas. Das habe ich jetzt am Straßenrand gesehen und ich habe gedacht, heute habe ich schon ein bisschen Zeit. Heute gucken wir uns das an. Zum Glück ist einfach wieder für uns der Weg offen. Wir können hier einfach so reingehen ohne irgendwie was. Das ist eigentlich immer offen für uns. So und jetzt werden wir mal gucken. Hier sieht es sehr sehr wild aus. Oh mein Gott. Tote Tiere, hunderte von Fliegen. Oh, sieht es hier aus. Schlimm. Alles voller Schimmel. Oh. Ja, also die ist nicht erst seit gestern zu. Ja. Das scheint mir schon länger zu sein. Hier sind, seht ihr das? Das ist wohl die Firma ATP. Aber ich kann es nicht lesen. Für was die Abkürzung ist, vielleicht sehen wir das noch woanders. Ja, die Firma ATP und das waren wahrscheinlich die Mitarbeiterausweise. Jetzt gucken wir mal hier. Warum sind hier so viele Fliegen? Das ist das Klo. Ja. Oh. Hier ist noch ein Büro. Das ist noch der Schreibtisch da. Der Monitor. Also hier sind tatsächlich noch Sachen. Gucken wir mal weiter. Hier auch. Das ist schon ein gehobeneres Büro. Schönerer Schreibtisch. Auch ein alter Monitor. Also sehr alt Spacken. Also war wahrscheinlich jetzt nicht, das muss schon lange her sein. Das wissen wir nicht damit. Hier auch. Auch ein sehr schöner Schreibtisch. Eigentlich auch ein sehr schönes Büro, weil ich hier auch. Hier hat man die Aussicht auf die Firma. Und da hinten sieht es mir aus, als wenn die Hecken noch gut wären. Nicht, dass das Stück da im Betrieb ist. Da müssen wir gleich aufpassen. Denn hier in Frankreich ist nicht unbedingt zu spaßen mit den Besitzern. Die können auch ganz, ganz ruppig sein. Um es mal nett auszudrücken. Also da ist mal schnell eine Pistole gezogen. Das wollen wir nicht riskieren. Ich werde jetzt aber nochmal gleich zurückgehen. Seht ihr das? Ich glaube, bin mir nicht sicher. Aber diese ganzen, weil das sind alles so runde Einschläge und zwar richtig dolle. Ich kann mir vorstellen, dass das Paintball, ja, dass hier Paintball gespielt wurde. Ja, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja. Dann Küchenbereich. Ich kann mir vorstellen, dass hier vielleicht auch so kantinenmäßig was war. Weil der Raum ist ja schon sehr groß. Das ist eigentlich viel zu groß für eine Küche. Und hier auch. Ja. Ganz viele Schränke mit Akten. Jede Menge Akten. Ich verstehe das nie. Oh. Eine Korkdecke. Und die sieht richtig cool aus. Also diese Decke, die feiere ich ja mal. Die sieht richtig gut aus. Tja, ich höre da hinten einen Traktor oder so. Also ich denke schon, dass die Fabrik hier teils Betrieb, also teilweise in Betrieb ist und zwar das Gelände. Und deswegen werde ich aufpassen, weil, ja, muss nicht sein, dass mich jemand sieht. Es kann sogar sein, dass da, ja, wenn mich einer hier sieht, also in Frankreich ist natürlich. Ich riskiere es jetzt mal, wie lang zu gehen. Da kommt der Traktor oder LKW. Hat mich gesehen, aber ist weitergefahren. Hier stinkt es übrigens unglaublich. Ja, ich weiß nicht, was das mal war. Boah, die sind ja gigantisch. Das sind ja riesige Hallen. Oh man. Also die sind wirklich riesengroß, diese Hallen. Ich gucke mal, ob ich recherchiert kriege, was das hier war. Ich werde das dann auf jeden Fall auch mit draufschreiben. In den Titel oder einblenden. Hier geht es nach oben. Warum auch immer. Da läuft ein Hase. Er ist aber gerannt. Er ist richtig gesprintet. Wow. Ach du lieber Himmel. Seht ihr das? Wie diese riesen Teeträger sich verformt haben. Wie ist das denn gekommen, dass sie sich so verformt haben und nicht weggeknickt dann? Boah, das sieht aber echt böse aus. Also das Dach wird irgendwann mal... Ja. Ganz verrückt. Ja, es sind irgendwelche riesen Lagerhallen. Da ist auch das Dach verbogen. Wahrscheinlich werden die halt nicht mehr genutzt, weil... Weil wirklich, ja... Das zu viel Geld gekostet hätte, die in Stand zu halten oder so. Ich weiß es nicht, weil... Ich bin mir fest... Fest der Überzeugung, dass die Firma hier neben... Die selbe Firma ist wie das hier. Also die, die da sind. Und jetzt beobachtet mich schon einer. Da ist ein Auto stehen geblieben. Oder? Ne. Ist weiter gefahren. Ja, ich muss jetzt auch mal... Gleich wieder zurück. Da vorne... Kann man raus gucken, aber da vorne... Arbeiten die halt auch. Also ich höre das ja. Hier ist auch kein Zaun mehr. Hier kann man auch raus. Und hier hinter den Hallen... Arbeiten die noch. Deswegen... Werden wir mal wieder... Wieder zurückgehen. Ja, wieder nur ein sehr kleines Lost Place. Trotzdem trage ich es auf die Karte ein. Denn es gibt ja auch das eine oder andere schöne Motiv. Werdet ihr auch bei Instagram bei mir sehen. Wenn man da folgen will. Meine Touren poste ich da immer. Und... Ich laufe jetzt auf jeden Fall zu einem schönen Motiv schon hin. Ähm... Dafür ist es alle Male gut, wenn man hier vorbeikommt. Ja, die Karte findet ihr auch in der Beschreibung. Ganz viele kostenlose Adressen auf der ganzen Welt. Damit bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.